Und warum ist die so voll heute? Ha Ha Haben schon voll geschmiert Bisschen schadenfroh kann man ja wohl sein Bei dem Klumpen Nächster Halt Scharfreiterin Da sieht man, dass die Kameras wirklich nichts helfen Scharfreiterin 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 Nächster Halt Langwasser Mitte Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien Langwasser Mitte Scharfreiterin Scharfreiterin Nächster Halt, Gemeinschaftslosen. Gemeinschaftshaus. Tja, wenn die Kameras sowieso nichts helfen, dann können die die alten Kameras doch wieder hinbauen und die anderen abreißen. So einfach. Hilft doch eh nichts.